Okay, also ich habe den Charakter-Editor von Dragon's Dogma und den wollte ich mir mal angucken, weil das Spiel, da freue ich mich schon mega drauf. Und den hatte ich gestern gesehen und ja, deswegen. Oh Gott. Oh Gott. So, 1,80. Oh. Ja, das kommt. Das passt auch. Hm. Kopf. Okay. Oh mein Gott. Alter. Alter. Alter, das ist mega geil. Der Charakter-Editor. So. Ja, das kommt hin. Unterarmdicke ein bisschen kleiner. Taillenbreite. Hm. Das sieht doch... Der Wartengröße ist bei mir Maximum. Hm. Ja. 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 Das ist ja immer... Hehehehe So Haut Ja ich glaube ich habe eine natürliche Weiße So 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 Oh Gott, das ist ja... So, breite Augen. Oh Gott. Auf 6.20. 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 Was man hier alles machen kann, das ist... Auf 7.20. Den Winkel fand ich eigentlich ganz gut. Den Winkel fand ich ganz gut. Okay. Oh Gott. Was man hier alles machen kann. So. Wie geil. Überstand Kiefer. Oh. Doppelkinn. Hmm. Frisur. Was für eine Frisur nehmen wir denn? Ich glaube wir nehmen meine alte Frisur. Gibt es die? Ja. 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 So. So. Okay, dunkelbraun. Ja. Nee. Ja. 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 оляck. Ja. Ja. Okay. Okay. Körper-Tattoos rechter Arm. Das passt. Linker Arm. Das... Gibt es das, was ich... Ein vergleichbares. Ja, kommt. Und das... Das passt auch. Das passt auch. Ja, das passt. Oh ja. Ja, das passt auch. Zwar nicht das Motiv, aber die Position passt sehr gut. Ja. Ja, das passt auch. 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 Name. Ja, das passt auch. Spitzname. Ja, das passt auch. Ja, das passt auch. Vielleicht gibt es. Ja, das passt auch. 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 Ah, die würde ich gerne als Schurken machen. Ah, die würde ich gerne als Schurken machen. So, die Schultern müssen ein bisschen durchtrainierter sein. Ah, danke schön. Ich glaube, da kommt gleich... So. Heilige Kacke. Sorry. Wow. Hä? Brustform. Okay. Brusthöhe. Was für ein Scheiß man hier einschlägt. Okay, das sieht ein bisschen zu heftig aus. Was? So. Okay. Alter Schwede. So. Was muss man hier alles machen? Ein bisschen böse. Okay. Breite Nasenrücken. Okay. 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 So. Okay. Frisur. Erstmal Glatze. Ohren. Ohren. Ja. Das finde ich gut. Okay. 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 Servus Oh Wir Ich brauche ein bisschen freien Kopf Und deswegen Bereite ich gerade Was vor Für Oh mein Gott Für Ende März Da habe ich zwei Wochen Urlaub Da kommt Dragon's Dogma 2 raus Und ich Erstelle schon mal so ein bisschen Den Die Charakter Oh So 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 So. 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 Oh. Es passt ja. Kyra Carrier. Carrier. Ja. Ja, zurück zum Titel. So kann man sich den. Sieht aus wie ein Buddy-Builder in. Wie sieht die aus? Ja, das ist cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018